Ich bin auf 1 in 1 und wir gehen unsicher machen. Oh, guck mal, hier kleines Mädchen. Die wurde ja schnell weggebrät, denn sie hat auch keine neuen Pokémon. Das ist sehr sehr schade. Ja, ich hab mir Fax, Sack, Licks und dieses Sarclich gefangen. Das gab's auch noch. Das heißt, sobald die PCs mal wieder funktionieren, und das tun sie auf dieser Insel irgendwie nicht, kann ich dir auch mal zeigen, die beiden. Oh, die eine, die trainiert sehr hart hat drüben, das sieht man schon. Ich komm doch zu dir hin, Mädels, hab keine Sorgen. Aber erstmal muss ich mich mit anderem Kanonenfutter begnügen, was hier ist. Ja, radikal, schön, dass du uns auch noch mal besucht hast. Guck mal, hier sind die abspackt, hier kennt keiner warmen. Ich aber auch nicht. Tschüss. Okay. Oh, ja. Ach, guck mal, ich hab keinen Zertrimmerer dabei. Ich hab auch nie Zertrimmerer gefunden, ne? Ich hab irgendwie den Typen verpasst, der mir Zertrimmerer geben wird. Jo. Na, Mensch, das ist aber schade. Wieso quatsch ich die noch mal an? Das ist unnötig. Guck mal, hier ein Kampfpaar. Geil. Hallo, Abel, du wirst mir sehr weiterhelfen, mal wieder. Vielleicht klingt, ja, ich wollt grad sagen, vielleicht kriegst du mal ein paar Erfahrungspunkte, wenn es nicht nach ein paar Sekunden weg vom Fenster wäre. Hä, aber hier ist doch gar kein Fenster, bin denn draußen. So lustig. Okay, die will ich eigentlich auch zusammen haben, irgendwie. Genau. Watergun, Watergun. Ich weiß, ich könnte einfach mal Stuff herbeibringen, aber ich bin echt zu faul dafür. Das ist der einzige Grund, warum das noch kein Surfer hat. Oh, oh. Oh. Oh, nicht klärt den Tag. Fast zumindest. What's the fuck's klärt den Tag? Ja, nicht mit... Hey, ich könnte verlieren, das wäre doch voll lustig. Nein, ich flieg mal zurück. Oder nee, warte mal, ist die Quellen nicht um die Heilung gewesen? Ohne Mist, ich glaub, die Quellen waren noch so, dass die mich heilen. Oh mein Gott, ist das gut. Das ist echt praktisch. Na, der hilft nicht, Zertrümmerer. Zertrümmerer, Mann. Danke, Zertrümmerer, Mann. Du bist die Beste. Ich hatte irgendwie doch im Gefühl, dass das noch kommen wird. Nein, ich will das nicht. Ich möchte das... What's the fuck's sein? Für... Minimize. Das braucht doch niemand. Das ist doch absolut unnötig. Hast du nicht noch ein Ei, irgendwie? Nee, das war nicht hier, ne? Das war bei... La... Wie heißt die Bad Lavastadt war das? Oh Gott, nee. Nee, für das Item da unten ist wie die Zeit jetzt zu schade, wenn wir mal durchzugehen. Weil ich will nächstes gucken, was hier ist. Das ist ein Ei. Na ja, gut. Gar nicht mal so schlecht. Und der Stein hat nichts. Weiter. Du doch. Guck mal, wer ja wieder da ist. Salesforce möchte weiter ein Kampf-Pokémon zerstören. Das ist dann die liebste Beschäftigung. Ja, ich weiß, es ist eigentlich immer noch ein Weibchen. Aber ja. Wisst ihr inzwischen bescheid? Es sind nämlich männliche Pokémon, weil ich daran die ganze Zeit gedacht habe. Nein, ich möchte lieber davonrennen wie ein feiges Uztchen. Stormy, komm her, ihr... Oh nein. Ihr wisst, immer wenn ich verwirrt bin, ist das Worst-Case-Szenario, das ich nicht treffe. Oder wenn der Gegner verwirrt ist, dann kommt die Verwirrung nicht durch. So, war das doch schon immer bei dem Spiel hier. Hey, das erste Pokémon, das er jetzt schon sich erreicht hat. Das ist super. Mein Gott, hier sind sauviel Trainer und alles. Im Grunde musste ich nicht mehr jeden machen. Aber wer weiß auch nicht, ob er irgendein neues Pokémon dabei hat. Seht euch vor, ich würde jetzt keine Trainer mehr hier machen. Und dann wäre ich eben schon... viel weiter. Ah, stimmt. Okay, das ist doch noch länger, als ich gedacht habe. Nein, ich will das nicht lernen, egal was das war. So, wenn ich nur... Ja, wenn... So wären die einen später noch kaum die anderen. Also vier bis sieben. Dann sind die nur wichtig noch, die Leute. Aber ich weiß nicht, ob er das gemacht hat noch. Hi. Weil er wäre 51 auszuland, dann könnte ich mich mal auswechseln, wenn ich nicht zu faul wäre. Okay, ich mach's mal schnell einfach. Ja, so langsam? Ja, doch, doch, doch. Schon wichtig. Komm mal durch, glaube ich. Ja, nein, schön. Ganz toll. Sehr garantiert auch einfach irgendwo. Auch mal mit den items kenne ich mich leider ein bisschen weniger aus, als mit den... mit dem Originalgebiet. Ne, ich nehme die nur mit. Warum nicht? Surfen, 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 surfen. So viele neue Sachen. Nichts. Ein Vulkan, hat er gesagt. Oh nein, wie schade. Guck mal, was ich noch verhalten habe bei der Oberstrahl und der hätte ich fast besiegt. Ja, super. Ja, super. Und euch rettet den Tag. Und euch rettet den Tag. Able rettet den Tag. What the fuck, du rettet den Tag. Ne, ihr schläft lieber. Weil ich gewinnt trotzdem. Cool, Level 28. Bin ich da? Okay, gut. Was ist denn hier noch? Gar nix. Was ist da oben? Ein Item. Gut, hat sich nicht gelohnt. Ich habe nur wieder ein paar Sekunden Zeit verschwendet. Alles klar, gut. Oh, komm, Leute. Diese items sind so unnötig. Ehrlich. Ich kann ja einfach weitermachen mit der... Achen Arena oder mit Praktos. Muss ich echt hier hin? Boah, die items sind sowas von Blödsinnig. Ganz ehrlich. Okay, mir reicht's. Äh, wo ist mein Schutz? Das geht gar nicht klar hier. Na los. Ich habe noch einen... Ach so, ich habe ja stimmt. Ich musste das ja neu spielen und habe mir dann keinen Schutz gekauft. Wie praktisch ist das denn? Okay, lassen wir das andere Zeug. Ich will jetzt nur dieses komische Steinrätsel lösen, ne? Und zwar ohne Vorspulen. Nicht, dass ich die Kreuzung quer und wo hinschmeiße. Ach guck mal, Lavagos wird jetzt bestimmt anders bleiben. Ich bereite mich aufs Schlimmste vor. Ich garantiere euch, das sieht wieder anders aus. Ich glaube, jetzt hat das ja auch so. Ihr müsstet meinen Mund sehen, der ist wirklich fast bis zum Boden runtergegangen. Mew 3 ist Lavagos. Was ist da Mew 2, wenn Mew 2 Mews... Wenn... Okay. 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 Ganz toll. Ja. Ja. Da fehlt mir wirklich die Worte. Also... Nein, ich will gar nicht. Wo ist denn das jetzt? Bin ich auf? Ja, anscheinend. Ich bin jetzt zum Ball. Ich muss das Master mal schmeißen. Dankeschön. Was für ein Schwachsinn, oder? Ich kann es gar nicht erwarten, dass Pokémon zu sehen von Backsprite. Oh man ey. Boah, wie unnötig. Jetzt muss ich hier rum und... Den Stein... Ich glaube, das Wort hat sich in diesem Punkt am meisten sagen. Das ist unnötig. Aber zu Recht. Okay. Damit hat man eben das mitfällig. Wir können wieder... hier hin. Und zu allen zwei. Ich glaube allen zwei war richtig kurz. Das war doch bloß so ein komischer Markt und dann... und dann... nix mehr, oder? Ja, genau. Dir konntest du die Lavakekse kaufen. Aber mehr war nicht. Das war das einzig Besondere an dieser Insel. Guck mal hier. Guck mal, wir haben Lavakekse. Nein, doch nicht. Hä? Irgendwer... Keine Ahnung. Na, und das ist noch ein Item. Item, woher? Ey, das war gut. Das war sogar noch praktisch. Ich kann es ja gar nicht glauben. Und ansonsten ist hier halt gar nichts. Da oben ist noch so... Oh, Kaskade. Das ist ja schade. Das ist ja schade. Aber da ist doch noch was, oder? Ne, der kann ja gar nicht. Das ist nur ein einziges Feld. Mautzi. Amitag. Hier ist jetzt so eine Oma, die möchte mir was verkaufen. Was? Nein. Ja, ja. Ne, die will mir nicht verkaufen. Die will mir was beibringen. Und zwar für meinen Start der Zukunft. Aber das ist mir sowas von egal. Ich brauche das gar nicht. Ich will die Attacke gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Aquahaubit müsste die Attacke heißen, aber die möchte ich nicht. Das war ein sehr kurzer Versuch für diese Insel. Was denn hier los? Die arme Frau wird belästigt. Hier ist so ein Typ der arbeitet. Das ist ja so eine Biker Sache hier. Die müssen wir jetzt so machen. Was? Die geht nicht weiter jetzt hier. Achso, das ist immer noch der Text. Hä? Nein. Hier, den mit dir reden? Hä? What? Ich könnte mir der selbe Text. Das muss ich jetzt machen, Mama. Wie ging das denn? Okay, das ist jetzt doof. Oh, ich kann meinen PC benutzen. Okay, das ist schon mal gut. Dann hole ich mir zumindest meine Pokémon mal ab, die ich zeigen will. Ja, du kannst weggehen. Du kannst weggehen. So, wenn ich meine Pokémon mir mal ansehen hier. Mein Mew3. Mein Faxe-Lex. Dann muss ich aber noch eins abgeben, ne? Welches will denn noch gehen von euch? Oh, nicht. Du kannst mal ganz kurz gehen. Ich brauche jetzt... noch... Zars-Lash. Genau. Die wenigstens schönen Namen kommen haben, wie ihr gesehen habt vielleicht. Nein, hier nicht. Ich muss aber das speichern für den Fall, dass mein Spiel wieder abstützt, wenn ich einen Pokémon davon einsetze. Mann, nicht Beutel. Pokémon, so. Oh, ich bin so gespannt auf New Street, ne? Ich bin so was von gespielt. Ja, super. Am besten irgendwo auf Land gehen, wenn ich die zeigen möchte. Das ist ein hässliches Climor. Ganz toll. Das soll eigentlich... Was ist denn das von den ganzen Sachen hier? Oh mein Gott. Gut. Wechsel. Was willst du denn überhaupt? Ja, genau so sieht das aus. Genau so sieht das Pokémon aus. Das sind mir ganz sicher. Jetzt kommt... Faxa-Klicks. Das ist das Pokémon von hinten. Von v... Gut. Wie sieht denn denn... Ne, halt. Da will ich auch noch was testen. Wie sieht denn das bei Egelacht dann aus? Wunderbar. Ja, okay. Gut. Und jetzt New Street. Das sieht ein Narados aus. Sieht eigentlich... Das ist New Street von... Gut. Ja. Von vorne sieht es aus wie ein komisches neues Nude. Und wenn ich selber einsetze, sieht es aus wie ein schwarzes Narados. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Aber guck mal, ich kann es jetzt zu seiner alten Rotzellung verschaffen. Jetzt habe ich fast einen Narados. Toll, oder? Ja, gut. Wie hilft mir das jetzt weiter mit dem Scheiß hier? Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich tun muss. Ach, muss ich nicht hier in dieses Gebäude... Ja. Ich muss in dieses Gebäude rein. Natürlich. Klar doch. Ja, ich habe den Wann solch geschickt wieder an. Weil ich Zeit sparen wollte und überall hingerannt bin, wollte ich gucken musste. Ganz toll. Ich muss in dieses eine kleine Gebäude rein. Jetzt kann ich mit dem. Ja, super. Mensch, wie wichtig war das denn? Wie wichtig. Okay, ganz schnell. Um Zeit wieder reinzuholen jetzt. Muss ich auch ein bisschen überziehen jetzt. Mal schauen, wie viel ich jetzt brauche hier. Gut. Dankeschön. Ganz wenig Trainer. Ich denke, nur weil der zuviel gegen mich kämpft, habt ihr eine Chance, ja? Ja. Oh, ich krieg den Anfang mit diesem Ding, ey. Das nervt mich. Aber sowas von... Ich habe mir jetzt meine Tastatur und zwar wie blöde. Dankeschön. Gut. Kann ich jetzt bitte weiter? Und weh, das Spiel schmeckt jetzt irgendwie ab, weil ich ganz wahnsinnig komisch rein will. Ich mache jetzt weiter, natürlich. Ich will jetzt hier ganz schnell mit diesem verdammten Inseln durchkommen. Du als Nächste, komm her. Ach, du hast das Wasserpumpe. Ey, vielleicht hat sie die Enderwicklung... Ja, genau. Vielleicht hat sie alle Entwicklungsstufen. Oh, nee, doch nicht. Du hast das nochmal. Naja. Ich hätte fast meinen können, du wärst cool, aber nur bis dahin. Bisschen schwimmere. Planschdingskumpf. Äh. Travi. Stimmt, die haben wir auch noch nicht gesehen. Travi und Planas. Ah. In der Tat so. Ich glaube, da oben ist noch jemand. Genau. Da kommen wir hier. Ja. Da ist mein Kind klar. Das ebenfalls unverändert ist. Es fällt grad auf. Ich hab gar nichts verstanden. Das brauche ich auch gar nicht. Ich hab eh grad den Bandwürsticht aktiv. Ich hoffe, ich muss das schneller nicht im nächsten Part, wenn ich das Ganze wieder ausstelle. Wie mach ich immer noch? Mach ja noch das Ende hier. Da hält mich jetzt nix von ab. Genau. Dann wechseln wir jetzt nochmal auf. Ey, guck mal, Yosui werde ich übrigens behalten, weil das Level 50 ist. Und ich kann mehr verschiedene Pokémon gebrauchen mit meinem Team, die wir können. Deswegen, Yosui bleibt in meinem Team drin. Ja, das ist hier völlig langweilig. Hier werde ich jetzt einfach so durchgehen. Ist mir jetzt völlig wumpe. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn, Mädel? Ich bin nur für dich, Jesus, wenn du auftauchst. Komm ja, da bist du. Okay, gut. Aber erst mal das Item hier. Gibt's noch ein paar Beeren, die ich irgendwie nicht... Ach, vorhin gehen lassen, die ich vor der einen Stelle. Guck mal, hier kann ich wieder keine Beere aufstabeln an der Stelle. Naja, was soll's. Naja, los. Oh, ein Hypno. Oh nein, wie traurig. Yay, wow. Geschafft. Ist das jetzt vorbei hier? Kann ich jetzt wieder zurück? Nein, kann ich nicht, weil das Ding kaputt ist. Gut, dann geh ich halt so rüber. One Island. Kann ich jetzt zurück? Ist das jetzt endlich vorbei hier? Das gibt's doch nicht. Das muss ich jetzt noch machen. Ich speichere mal bis jetzt den nächsten Part wieder. Bis dann, schau.